Hallöchen, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Äh, wie hieß es? Minecraft. Ah, ja genau, hier steht's ja. Und ich steige jetzt in den letzten 15 Parts auf 10 Minuten Folgen um. Also das heißt, wir haben das 1, 2, 15. Und ich werde es so lange machen, bis ich die restlichen Folgen aufgenommen habe. Und gehen wir eben mal rein in die Let's Play Welt. Wir sind zur Zeit in der Version 1.5-01. Und wie ihr seht, habe ich ein neues Texture-Pack. Dieses Texture-Pack nennt sich, äh, Kids Texture-Pack, HD. Und es hat Sago und Schreiber 10028 Pixel. Im Hintergrund läuft wieder Left 4D2, ne? Um das nervige Geräusche zu übertönen meines Laptops. Und ich muss sagen, dieses Texture-Pack sieht einfach nur atemberaubend geil aus. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Na ihr kleinen Wauwaus, hallo. Ach, der Bug hat auch die Welt vergriffen. Oh, das ist ja süß. Da habe ich auf dem Minecraft-Forum in hier Freed dazu eröffnet. Denn wenn ich die Hunde jetzt angreife, dann greifen die mich an. Und ich kann auch nicht irgendwie die aufstehen lassen. Das geht nicht mehr. Ja, nein, ich hasse diesen Bug. Was zur Hölle? Okay. Minecraft ist gerade abgeschmiert. Wir sehen uns. Ja, also, wieder zurück. Es gab drastische Probleme. Ich habe gedacht, die 1.5er-Texture-Packs von Misa-BZW, das Kids-Texture-Pack, funktionieren auch mit der 1.5-0-Dingelskirsch-Version. Aber da habe ich mich getäuscht. Und deswegen ist Minecraft immer abgeschmiert. Aber davon lassen wir uns nicht weiter retieren. Ne. Wir machen munter weiter, ne, du alte Kack-Brotze. Ja, genau. Ach, scheiß ein Dreck. Nein, die stehen immer noch nicht auf diese Bastarde. Haben keinen Lust, diese Spastis. Okay, äh. Och, alter, bin ich jetzt erschrocken. Hui, ui, ui. Ich hoffe, meine Musik ist net annoying. Ne, wie das die Gelehrten sagen. Ähm, hier haben wir komplett storn. Perfekt. Hm, was gibt es denn noch zu tun? Ich habe persönlich keinen Plan. Ich weiß nur, dass, äh, ich bis 5 noch um die erste Folge aufnehmen werde. Ich weiß nicht, ob ich letztens bei Part 85 war. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Nur nochmal schauen, nochmal schauen. Und auf jeden Fall ein paar hundert. Werde ich hier ein Stückchen Zeug hochjagen. Ne Kopie von der Let's Play Welt machen. Vielleicht backt mich irgendwann mal so Rappel und ich baue da dran weiter. Ich habe keinen Plan. Entschuldigung, mein Hals immer noch ein wenig erkältet oder whatever. Was ich aber jetzt machen werde, ist der hier. Ja, du kannst so viel Wasser hier reinlassen, wie du willst. Das interessiert mich gar nicht. Du Schwein. wird 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 wunderschön das habe ich gerade keinen Sand von unten mitgenommen wunderschöne Musik Schaufel habe ich natürlich wieder keine das ist wieder typisch ach Gott okay 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 was tue ich nein das ist eigentlich gerade geil ja perfekt ist mir jetzt schnurz bibi egal ob hier äh die Fackelese ausgegangen sind ne also in der nächsten Let's Play Welt back ich mir auf jeden Fall eine Monsterfalle die Backe ich mir aus ein Stück Brotel und kein Blut wenn es kommt mir gerade so laut vor ich finde es auch persönlich ziemlich geil vom Notch dass es wieder zurück ist jetzt hat mir der hier äh im Wasserlaufgeschwindigkeit Dingels Kirchner ist da was ich meine wunderbar fläme hier noch ein wenig rum du Arsch ich hoffe YouTube reist mir nicht den Arsch auf ne hier wegen den ganzen Gopi Reitzeit weil es gehört ja alles in Valvo Orchestra Valve Orchestra diese ganze Muge und da hoffe ich dass mich nicht zulappen werden probier mal den wunderbar superbe und wird wird Dodo alles in Minge verschönern wir haben mehr Zeit und Geld okay ich bin doof so wie baue ich denn jetzt eigentlich diese kerklische Behausung oben äh scheißen Dreck wie mache ich denn das gut das haben wir erstmal perfekt ich bin ein Bibelentdecker ja ich will das wissen ein Bibelentdecker dem Geheimnis auf der Spur ein Klassiker haha Mensch was für ein Verbrauch von Ressourcen hier ich geh kaputt gehst du mit nein diese verfluchte Fackel sie ist in die Tiefe gesunken nein nein ich bin h h h h h h h die ist alt und nur Let's take a look soll ja auch erwähnt ist professionell ausseher steht sagen Sport und oben wie Atlantis Bergele drauf ich glaube da bin ich da gut bedient gut bedient sehr gut bedient ausgezeichnet das es von team fortress 2 als der engineer sein kleine süßes banjo spielt da 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 gut gut super das kommt noch hier hier das Ding kommen wir eigentlich zu Pappen 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 Get Money Irgendwie geht mir Money Boy nicht mehr aus den Kopf, der Typ ist einfach zu cool Scheiße Ich meinte Scheibenhonig Entschuldigung Jetzt sieht es wenigstens mal nach irgendwas hier aus Sooo Scheibenhunderscheiben Haben wir wenigstens was zu tun? Ah ja und das machen wir mit dem ersten Part jetzt Schluss Bis später Also Auf